Hey Leute, willkommen zurück bei Tales of Asheria. Wir sind in Abel wieder, unserem Heimatdorf, was aber leider immer noch komplett steht. Eigentlich wurde das ja am Anfang von Dämonen heimgesucht und wir haben dann ja nach der Verwandlung in Thurion alle verschlungen und deswegen sind wir voll verwirrt, warum die eigentlich hier alle noch leben und es aussieht, ob gar nichts passiert wäre. Und angeblich soll sogar unser Bruder noch am Leben sein, der ja geopfert wurde von Asheria. Das ist so. Irgendwas kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn ihr mich fragt. Aber gut, wir hören uns hier mal in Ruhe um, weil irgendwie ist das echt strange. Euch haben wir unsere Handelsbeziehung mit Taliesin zu bedanken. Ihr das aber bekommt ja eine bevorzugte Behandlung. Was vielleicht auch ist, hatte ich überlegt, vielleicht lebt er tatsächlich noch. Kann ich eigentlich noch was verkaufen oder? Okay, ich dachte, ich kriege nur so viel kalt. Ähm, vielleicht ist Laphyset auch, ähm, Zerubin, also der echte Laphyset ihr Bruder geworden. Und lebt deswegen noch. I don't know. So, wie gesagt, ich finde es nur sehr verwirrend, dass hier alle irgendwie, ja, nur mein, ach ja, schön, dass du noch daneben bist, Velvet, das wussten wir ja gar nicht. Mensch, äh, und wir halt irgendwie auch so, äh, ja, same. Ich weiß halt nicht. Die sind halt echt schwach, immer. Die sind halt echt alle voll schwach. Das kann nicht mal weiten. Okay. Marschentücher. Obwohl, der ist sogar eigentlich noch besser, ne? Die sind halt echt schwach, immer mehr. Nach sechsens. Okay. Das Problem ist halt auch einfach, dass mir auf Dauer Silberklumpen fehlen. Ja, seht ihr, es hängt schon wieder an mit Silberklumpen. Wo soll ich denn so viele Silberklumpen herholen, mal ehrlich? Das ist einfach nicht möglich. Jetzt fehlt mir da schon wieder Härtungspulver. Egal, was ich mache, mir fehlt immer irgendwas. Naja, ich kaufe hier mal wieder ein paar, ne? Dann kann ich die wieder verschachern. Für ein bisschen Ausrüstung, Ausrüstung. Für anderes bleibt mir ja nicht über. Vor allem für diese scheiß Zwingung. Obwohl Silberfragmente kriegt man hier halt auch kaum, ne? Tja, das hat mir jetzt gar nichts gebracht, ne? Nope. Ich weiß nicht, wo man die Sachen sonst herbekommt, halt alle. So Silberklumpen und sowas. Ich finde die halt einfach nie. Keine Ahnung. Weil das lohnt sich halt nicht. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen besser. Aber alles im All... Ja, hm. Das ist noch nicht wirklich etwas, wo ich sage, oh ja, das lohnt sich voll total. Leider. Ne, es ist einfach... Okay. So, dann zerlegen wir noch... Oh, ne, die kann ich behalten. Ja. Ja, ist egal. Ja, das fällt sink. Ist aber nicht ausgerüstet. Das ist ausgerüstet. Aber, so, dann hören wir uns mal um. Ich weiß gar nicht mehr, wo ging's denn? Ah, nach da ging's zum Haus. Okay. Dann schauen wir uns hier jetzt mal um. Sieht halt auch alles genau wie früher aus. Als ob nie irgendwas passiert wäre. Das ist so strange. Okay, hier kommen wir eh nicht raus. Aber was sagst du denn? An deiner Stelle würde ich nicht in den Ruhewald gehen. Warum das denn? Der Regen hat einige Erdschrutsche ausgelöst. Die Straße ergibt es nicht mehr. Wir werden eine neue Straße bauen müssen. Und wenn wir das tun, ziehen wir auf deine Hilfe. Ich helfe gern. Die sehen jetzt erstmal Velvet alles von der anderen Seite. Aber ich traue dem Ganzen hier trotzdem noch nicht. Vor allem, dass ihr Bruder noch leben soll. Äh, excuse me. Wenn du die ganze Zeit gesund und munter warst, warum hast du dich dann nicht ein einziges Mal gemeldet? Wo warst du? Und was hast du angestellt? Lass sie in Ruhe. Sie ist wieder zu Hause. Das ist alles, was im Moment zählt. Ja, ich bin genauso verwirrt wie ihr. Duh. Später ist noch genug Tag zum Plaudern. Geh zum Haus zum Laphyset. Velvet Laphyset ist... Geh einfach zu ihm. Du kommst zurück, Velvet. Ich kann dir nicht sagen, wie froh ich bin. Ich bin nicht heil und gesund zu sehen. Silica hat bestimmt über dich gewacht. I don't know. Ich meine, bin ich jetzt die Einzige, die das... nicht koscher findet? Hä? Wer hat denn jetzt die Amulette? Wen waren die jetzt? Ach, für dich? Ah, ist aber Müll. Ich finde das echt alles überhaupt nicht koscher, koscher. Ich trau hier gar keinem. Ihr seid alle Zombies seid hier. Zombies. Oh, Schweinchen. Oso, die Schweinchen. Die sind echt. Wir haben dich vermisst, Velvet. Sieh nur, Othelina hat Jungen bekommen, während du weg warst. Die kleine Mietze-Katze heißt Othelina. Miau, miau, miau. Wo denn? Na, wo? Ich seh nur sie. Oder hier, sind die das? Oh, wie süß. Das ist hier... Wie viel ist denn jetzt? Ein Jahr ist hier, glaube ich, vergangen nur, ne? I guess. Hey, es ist Velvet. Ich hab dich nicht mehr gesehen, seit ich klein war. Du bist immer noch klein. Ja, wechsle nicht so groß. Laternenkreis, da. Oh, Schneekugel des Wachstums. Eine Schneekugel von den Pöpfen in der Tipo-Inseln. Dem Maße, wie ihr Besitzer wächst, erblüht auch die Blume, die sich im Inneren befindet. Oh. Das ist ganz nice. Das ist es noch hier. Voll hübsch. Es heißt, dass diese Lilie im Vergleich Maße aufblüht, wie ihr Besitzer wächst. Was für ein fantastisches Objekt. Wie ihr Besitzer wächst, also indem er stärker wird? Ja, Stärke ist doch ein guter Indikator fürs Wachstum, oder? Das heißt also, wenn du dir ein Waschbett brauchst und pralle Bizepsen antrenierst, könnte man auch eine wunderschöne Lilie bewundern. Und dicke Muskeln und eine Blume, das passt irgendwie nicht zusammen, finde ich. Ach, Körperkraft ist nicht die einzige Art von Wachstum, die es gibt. Beispielsweise wäre da auch noch die rebellische Phase, in die man hineinwachsen kann und die bewirkt, dass man sich über jede Kleinigkeit aufregt, die Werbit von sich gibt. Also sowas wie, halt die Klappe, alter Wettel. Was? In gewisser Hinsicht ist das auch so eine völlige legitime Art von Wachstum. Und das würde auch die Blume aufblühen lassen? Das hört sich ja noch schlimmer an. Ja, würde ich auch nicht versuchen. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ihr arbeitet alle schön. Ich habe echt Angst. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Das kann alles nicht stimmen. Das kann nicht sein. Was? Warum? Ja, das mag ich ja auch. Aber eine ganze Stadt? Das sollte nicht möglich sein. Das sollte nicht sein. Nein. Wie geht es um das? Wir versuchen, es zu verbreiten, auf die Klappe? Nein. Für jetzt, wir und unsere Schäden haben das gleiche Ziel. Komm, helfe mich für den Therien. Klar. Ich glaube, ich werde mit Velvet. Ich werde dich nicht aufhören. Ja, ich habe ja auch gedacht, vielleicht Illusionen oder so, aber wie soll das denn? Sind die jetzt echt alle weg? Na gut, aber das würde ja nicht erklären, warum die in T-T-T-T-T-Reserve, naja, wo wir halt vorher waren, in der Stadt Nico immer wieder sehen. Na, sie hat ja auch gesagt, oh, die kommt immer her und bringt uns Sachen und so, dann wäre das Dorf davon ja auch irgendwie eingenommen. Ah, das macht doch keinen Sinn, I don't know. Wer, wer, bist du das wirklich? Ach, du lebst, ich bin so froh, Nico hat dir die ganze Zeit reichen. Hast du Laufis jetzt gesehen? Er hat auf dich gewartet. Aber es wäre echt so fies, wenn das alles nur eine Illusion jetzt wäre. Ich meine, man haut es ihr immer wieder rein, ne? Er hat nie Ruhe, Velvet, das ist so fies. Na gut, dann mal los. Ich kann es, wie gesagt, nicht glauben, dass er noch lebt. Wie gesagt, vielleicht ist es wirklich eine Illusion oder sowas in der Art, but... Let's see. Ach, stimmt. Ach, stimmt. Stimmt, Malkia. Jetzt habe ich ganz vergessen, dass Malkia das ja auch kann. Laufi... You're warm. Laufi? You're really alive? Hmm, Laufi? He's been asleep. Ever since that day. Oh. I found him at the shrine. Collapsed on the ground. His wounds healed, but... He's never woken up. If he's still alive, that's all that matters. I'll find a way to wake you again, Lafie. I swear I will. We'll be together. I don't know, man. Was will man denn jetzt glauben? I don't know. Leute, was meint ihr, was hier los ist? Echt oder nicht echt? Hat er ja eigentlich, aber... Ich weiß es nicht. Was ist nur los hier? Das wäre halt schon fast ein viel zu guter... Das wäre halt wirklich zu schöner Zufall, wenn jetzt echt alles hier in Ordnung ist. Sie wird halt auf einmal jetzt auch wieder so nett und alles. Ja, eben, ne? Weil auf einmal ist sie so komisch. So kennt man sie halt gar nicht mehr. Aber ich hab halt so ein bisschen Angst, dass das tatsächlich dafür benutzt wird. Ne, wird nicht reichen, ne? Was ist, wenn das wirklich ein Illusionsarzt ist und uns nur dazu bringen möchte, das Kämpfen? Ähm, also das Kämpfen aufzugeben. Versteht ihr? Das... I don't know. Selbst wenn er überlebt hat und seitdem im Koma ist. Aber das kann doch nicht sein. Da hätte Arthurius uns das doch einfach nur sagen müssen und uns nicht einfach wegsperren müssen und anlügen müssen. Na gut, dann wiederum waren wir in Syrion und wir wurden von ihm missbraucht, ne? Aber was hat er dann mit Lafi gemacht? Weil, ach, ich weiß es nicht, ich... I don't know. Ich möcht grad echt gar nichts glauben. Oh, können wir hier auch noch meinen? Wie ist kein Ding? Oh, ja, aber nichts Neues, ne? Schade, ich dachte, vielleicht sagt er da nochmal was zu. Ja, ich auch, auch wenn es also schön wäre, wenn das stimmt. Hm? 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 My stomach is twisted and I've got a chill up my spine. I'm really scared. Very well. I trust your feelings. We'll leave the Therian to Rokuro and Aizen and stay with Velvet then. Thanks, Eleanor. Magilu, what will you do? Whatever I feel like. Hm? Toil. Schade, ich bin fast. Thanks anyway, Magilu. Are you sure you're doing the right thing? In the end, whatever happens, happens. Wiser words never spoken, right? What's going on here? Es wäre halt echt schön, wenn das überlebt hätte, ne? Aber das... Es würde, wie gesagt, eigentlich keinen Sinn ergeben. Weil warum hätte Atherias denn ihn überhaupt opfern wollen oder so? Irgendwas ist ja passiert. Damals, das wissen wir ja. Oder vielleicht wollte er wirklich nur uns zum Therian machen und alles andere war ihm scheißegal. Er hätte Luffy nur dafür genutzt als Ausrede oder so. Er wollte ihn gar nicht wirklich opfern, sondern nur an uns rankommen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hab... Ich weiß es nicht. Es ist alles weird. Aber wenn das wirklich die exe Luffy-Set ist, kann Luffy-Set nicht Luffy-Set sein. Also unser Luffy-Set in der Gruppe. Nicht Luffy-Set, als man sagt wieder geboren. Ach, das war das Verwirrende. Ich geb mir gleich die Kugel. Du wirst doch wieder hier leben, Luffy-Set, oder? Wir werden tun, was wir können, um dir mit Luffy-Set zu helfen. Danke, das bedeutet mir viel. Ich will ja nicht vom Thema abschweifen, aber... Bist du in der Zwischenzeit noch heißer geworden? Hör doch auf, du Idiot. Aber wie gesagt, es könnte auch einfach ein Trick sein, um uns davon abzuhalten, weiterhin Artharia's Pläne zu durchkreuzen. Ich weiß es nicht. Ich... I don't know. Ey, Typie. Ey, Typie. Geh Musik von der anderen Seite ran. Ich bitte jeden Tag dafür, dass Luffy-Set bald wieder aufwacht. Luffy-Set redet man hier im Schlaf. Er sagt dann so, ach, mir, pass auf dich auf, Schwächzerchen. Jetzt ist seine Schwester wie jetzt zu Hause. Ich bin mir sicher, dass ich ihn nur erholen würde. Ja, das denke ich auch. I don't know. Vor allem... Das ist dann schon bitter, ne? Dann hätte sie sich das eigentlich alles sparen können mit der Rache-Geschichte und so. Ja, hm. Dann wären wir echt am Arschi. Ich höre mich erst mal um. I don't know. Oh, voll niedlich. Lange ist her, Velvet. Ich bin echt groß geworden, seit du das letzte Mal gesehen hast, oder? Ich bin mindestens drei Zentimeter gewachsen. Wow, du bist aber richtig groß geworden. Ja, hm. Naja. Ha, Velvet ist wieder da. Lass uns ein ganzes Schweinchen braten und eine Feier veranstalten. Schweinchen, lauf! Glaubt um euer Leben. Glaubt um euer Leben. Ja, und jetzt trauen wir ihm nicht mehr. Ja, okay. Ja, ja. Ja, jiggy. Ja, ich bin ganzer Bes flickering. Okay. Ja, ich bin so schlecht. Ja, ich bin echt. Ja, ich bin so teoriegisch. Ja, ich bin ein bisschen passiert. Ja, ich bin ja nicht ihr congek felt. Ja, ich bin sehr. Ja, ich bin jemandem, warum, warum. Ich bin kein Mensch. Aber wenn es nichts gibt, können wir einfach fragen. Und wenn ihr möchtet, dann seid ihr immer willkommen zurück. Die ganze Stadt würde euch mit öfteren Armen willkommen willkommen. Stimmt, aber es wird immer dein Heimatstadt sein. Oh Gott. Das wäre jetzt so ein Schlag ins Gesicht wenden. Aber wie es jetzt gar nichts getan hat. Gut, es wäre immer noch ein Arsch. Ich meine, das was die Abtei jetzt im Moment treibt, ist wie gesagt immer noch nicht in Ordnung. So oder so mit den Syrians. Da haben sie ja schon einige Scheißsachen tatsächlich gemacht. Aber halt auch für Velvet, ne? Würde das jetzt ihre ganze Welt durcheinander bringen, wenn das gar nicht so passiert ist, wie sie immer gedacht hat, die ganzen Jahre. Das du auch zu verteidigen ist schwieriger denn je. Deshalb freue ich mich immer so mehr, dass du wieder da bist. Ich meine, bist du zäher und zuverlässiger als die meisten Männer? Ja, ich bin auch ein Dämon jetzt. Nico hat niemals den Glauben daran aufgegeben, dass du noch am Leben bist, irgendwo da draußen. Seit jedem Tag ist sie jede Woche nach Thalesen gegangen, um herumzufragen, ob dich jemand gesehen hat. Solche Freunde sind selten. Oh man, I don't know. I don't know, that's so weird. Between the cold, the famine and the demon blight, there were times I thought the world was done for. But, over the past three years, I've stopped worrying. I know we're overly reliant on Arthur and the Exorcists, but this village has changed. The Exorcists taught us that there are things the demons hate. We can't defeat them, but we can keep them away. It's peaceful now. The Exorcists stopped by on patrol every now and then. And we haven't had a case of demon blight since... What happened to your sister was horrible. But you and Lafayette should try to move on. Make the most of your lives. I hope he wakes up soon. I'm sure he will. Lucro. Eizen, was denkt ihr denn? Hm. Es ist ein nettes, schittliches Dorf. Auf den ersten Blick jedenfalls. Eizen. Tu, was du tun musst. Wir kommen auch allein, klar. Schatz. Schatzi. Munter mich auf. Hm. Ach, Velvet, du bist wieder da. Sieh mal, ich hab noch ein Kind bekommen. Oh, dieser ist mein Jung? Ja, sieht er nicht kräftig aus? Ach, Velvet, ich heirate im nächsten Monat. Du bist genau zur richtigen Zeit zurückgekehrt. Versprich mir, dass du zu meiner Hochzeit kommst. Wirklich? Das würde ich ja um nix in der Welt verpassen. Oh, man. Oh, I don't know. I don't know. Es wirkt alles hier zu schön. Zu schön. Schön, dass du dich nicht verändert hast. Was meinst du damit? Hast du noch Nico gesehen? Ich habe. Sie ist so voll von Leben, wie sie immer war, richtig? Ich denke, es hat nichts verändert. Ich glaube nicht. Oh. Er... She doesn't have any makeup on? Aha. Na toll, Hälte. Ach gut, ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist, Velvet. Was war es, wer die ganze Zeit Single geblieben ist? Was? Entschuldigung, du bist nicht mein Typ. Ich treib schon mit Eisen, sorry. Und Hopi? Und Omi? Omi? Und die Exorcist, die Hände, die sie haben. Humanität, die Hoffnung. Du niemals verändern. Willst du dich nach Hause? Nein! Nicht mich als ich als ich ein Segel bin! Ah, okay. Oh, es ist du, Velvet. Be careful wenn du mit Prickle Bores kämpfst. Wenn sie dich schmerzen, schmerzen sie in die Nose, richtig? Nein! Schmerzen sie in ihre Augen! Schmerzen sie in die Augen. Sie ist halt schon ein bisschen alt. Du hast immer auf mich aufgepasst, Liebes. Dein Bruder ist ein feiner Kerl. Ihm geht es bestimmt gut. Du darfst die Hoffnung niemals aufgeben, Velvet. Das werde ich nicht und danke. Naja gut, mal sehen, wie lange das hier noch aufrechterhalten wird. Und sie hört sich auch schon wieder viel frohlicher an von der Synchrone. Das ist so... Unheimlich. Ist auch nicht so. Velvet. Velvet. So creepy. Was ist so creepy, Gott? Du musst bist specielig. Nicht viele Leute können mit einem Exorcist sein. Sie ist nicht mein Freund. Wie Sie zwei bicker, finde ich das schwer zu glauben. Oh, ja. Hast du einen Prickle-Bor? Oh, ich bin sorry, dass ich jetzt raus bin. Das ist gut. Ich werde mich selbst in den Trinklischen Walden. Wie in den alten Zeiten. Eigentlich, da gab es noch keine Prickle-Bor? Es gibt noch keine Prickle-Bor? Du solltest die Morgana-Woods probieren. Okay. Ich werde das tun. Danke für den Tipp. Eine mir unbekannte Velvet. Ja, das denke ich gerade auch. Am Anfang war sie ja wirklich sauber so, wie sie sich verändert hat danach. Ist das doch komisch, die jetzt so zu sehen. Das war komisch. Ja, kam das nicht so. Und vielleicht nicht Lord Artorius, aber nur plain Arthur. Ja, schön wär's gewesen. Ich weiß nicht. Es wäre wie gesagt so fies, wenn jetzt halt echt alles nur Fake wär. Aber das wird wahrscheinlich so sein. Okay. Ist ja nicht so weit wenigstens. Gott, starker Schwein, komm her. Wir suchen Prickle-Bor? Bleib deine Augen auf den Tickets. Wer bist du? Ich kenne dich nicht mehr. Obwohl es mich natürlich für sie freuen würde, ne? Aber ich kann's nicht glauben. Und das wäre echt komisch, wenn sie jetzt so naiv auf einmal ist und das glaubt. I don't know. So. Hier ist doch doch gar nichts zu durchschweig, oder? Oh. Oh. Mensch. Bring mir jetzt mal einen für alle um. Dann nehmen wir's ja. Ach mit, wir haben ja gar nicht Eisen dabei. Eisen, Schatz. LOL. Ja, aber das Ding war doch mit immer neuen. Warte, warte, warte. Diese Ich flieg schon tot, wilder. So toll ist Eleanor. Toll, Eleanor. Hey, Essen. Was ist das? Hier ist kein Prickel. Da ist ein Prickelbord. Das ging jetzt schnell. Mensch, wo wird es denn? Hm. Ähm, apropos, ich muss mal ganz kurz gucken... Sie ist halt echt eher... Naja, Nahkampf, ne? Ich habe Heilung. Angriffe selbst entscheiden. Ja, lasse ich erstmal. Weil Magie bringt bei ihr einfach gar nichts. Deswegen gehe ich jetzt mal komplett auf Nahkampf bei ihr. Denn sie wird hier wahrscheinlich... Ja. Ja, obwohl größtenteils... Ja, hat sie aber auch schon sehr oft benutzt. Also ich versuche es mal nur mit Angriff. Ähm, dann aber... Ja, ausgeglichen vielleicht eher, ne? Das wäre ich besser. Ich meine, Luffy ist wie gesagt eher gerade beim Heilen. Aber ein bisschen Unterstützung kann noch ganz gut tun. Geh weg, ich bin halt am Stachelschwein jagen. Ja, das ist ja so komisch hier. Da ist ein süßes, kleines, schwaches Bein. Ja, aber... Voll schnell. Ja. So, und einmal noch da. Hey, kleines. Wieso? Oh, okay, oh. Warum seid ihr alle so... Sag, die, die immer Pinguins essen wollte, ja? Magi, du redest auch schon wieder. Komisch. Vielleicht weiß sie auch mehr als wir. Magi, du ist ja eh strange. Irgendwas wird die doch schon wieder wissen. Und unser Luffy-Set ist, glaube ich, also... In der Gruppe, ich glaube, der wird ein bisschen eifersüchtig gerade. Ja. Aber Velvet ist ja gerade auch so, oh, mein Bruder lebt wieder, alles andere Scheiße. Ah, juhu. Bisschen naiv, ne? Weil, wie gesagt, ich glaube es nicht, dass es wirklich so ist, leider. Naja, überzeugt mich gern vom Gegenteil. Ich meine, es wäre ja schön für sie. Ja, dank so voll, war. Ähm. Ich bin falsch gelaufen. Ich depp. Ach, Mann. Sorry. Das macht eigentlich mal eine Expedition, sollte die nicht. Nö, 30 Sekunden, toll. Kam mir nämlich gerade schon so vor, als ob sie nicht mal langsam zurückkommen sollte. Tschüss. Tschüss. Oh, Krasnick-Inseln. Irgendwie ist das cool. Aber da fehlen noch einiges, ne? Krasnick. Eine von Katzen beherrschte Inseln, die ausschließlich auf persönliche Einung der Katzenkaisers betreten werden. Sehr cool. Ja, Krasnick waren ja die aus, ne? Zoll ja, zwei, die Brüder. Luger und Julius, ne? War's, glaub ich. Ja, und die hatten ja auch die vierte Katze, Rollo. Ach, Katzenanseln sind doch sicher cool. Einfach und normal und fröhlich. Ich treme diese Erinnerung. Und erst nach dem Angriff, ich habe noch immer noch eine Glückwunsch. Essen, ein guter Essen, machen neue Freunde. Und fallen in Liebe? Ja, fallen in Liebe? Äh, so pervers ist er ja auch. Ich bin nur 150 Jahre alt und bin bereits als ein altes Mann. Aber trotzdem, ich würde gerne den Mann, den Velvet zuerst fiel. Ich würde nicht. So. Eifersüchtig. Aber Raphicet, du wärst doch viel zu jung für uns. Verstehst du? Also so geht das doch nicht mit uns. Das ist dann schon ein bisschen zu großer Unterschied, glaube ich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn es so eine war, die sich groß für Kerle interessiert hat. Noch früher nicht, glaube ich. Gut, dann wollen wir mal kochen gehen. Kann ja nur alles schief gehen, ne? Ich trau dem Ganzen nicht. Ich weiß nicht, sagst du was Neues. Sieht aus, als wäre deine Jagd erfolgreich gewesen. Du warst schon immer die beste im Stöcher Schwein jagen. Ja. Dankeschön. Trotzdem habe ich ein ungutes Gefühl. Hm, gab es sowas Neues? Ach ja, Velvet, du bist mit einem dunkelhaarigen Mann und einem Typen mit schwarzem Mantel hierher gekommen. Welcher von beiden ist denn der glücklicher? Was? So ist es nicht ganz und gar nicht. Doch, Eisen ist es dir im schwarzen Mantel. Der coolere von beiden, der nicht ein dämonisches Face hat. Obwohl, Eisen ist eigentlich meins. Den kriegst du nicht, Velvet. Sorry. Oh, da sind ja meine zwei glücklichen. Hi, Schatzis. Heard the news about your brother. I'm happy for you. So, what's your plan now? You guys are snooping around the village. Yeah. We wanted to check out that shrine too, but we got stopped. Apparently, the abbey's designated it off limits. We have a lot of new boy. We have a lot of new boy. If there's a Therian around, it's probably there. I'm going to draw it out. If this is a trap, things may turn violent. Either way, this place is about to get a lot less tranquil. The same as everywhere else I've been. You can quit here if you like. But I'm going to keep on fighting the abbey. And if I try to stop you, you'll insist, I presume. Velvet, no! I'll give you one day. Once you've made up your mind, come meet me at the Cape. I'm with him. How tomorrow shakes out depends on what you decide, Velvet. Oi. Hi. Your hand. It's... As you can see, I'm a demon. Three years ago, I was the one who attacked this village and... I don't want to hear it! Demon... Or no demon. You're still you! Okay, so... You're scary! I'll get used to it. I promise... I'll keep it a secret. Let's just live here in the village, like we used to, okay? You, me and everyone else. Nico. Das ist fies. Eisen! Du willst mich jetzt nicht verlassen, oder? Das wäre voll fies! Ich meine, klar, wir wollen die Abteil auch immer noch niedersehen, aber... Denk doch mal an ihren Bruder, falls ihr wirklich... Falls ihr halt wirklich noch lebt und echt das... Oh, ich weiß auch nicht! Was geht hier los? Was ist hier nur los? Ich glaube aber wirklich, dass sie nicht mehr kämpfen will wegen ihrem Bruder dann, wenn er halt wirklich noch lebt, ne? Hey, ist das... Gucke mal. It's the original copy of the book on Inominat. Ach, guck mal. And all the pages are here. Hey, Fee. Can I borrow your compass real quick? I'll give it right back. Please? Uh... All right. Oh man, die interessiert sich jetzt nämlich für gar nichts mehr. Das ist echt nicht so gut. Oh, ich wusste das nicht. I bet once he wakes up, you two will be really good friends. So, this is what your life used to be like before everything happened, huh? What's gotten into you? Ah, the fuck. Hm. Maybe I made the pudding a little too sweet. Velvet, du bist echt unheimlich. Velvet, how do you know what it tastes like? Äh... Ja, das stimmt. I think I'll get myself some shut-eye. But what are you going to do about tomorrow- Magilu, are there arts that let the caster manipulate dreams? Huh? Dreams? Why? There is, yes, an art that requires a certain type of Moloch. It envelops you in a fog and reads your regrets, then traps you in a happy dream. An art that reads your regrets, and shows you happiness. I'm going to the cape. Now? What on earth's gotten into you? Velvet. Velvet! Don't... go. Stay here. Stay with me. Stay with me. This is Fee's compass. I'm sorry, Wafi. No, don't. Wait. Velvet, wait. Don't... Don't leave me here. Ah, das wird einiges erklären, ne? Sind wir nicht in den Nebel auch gefahren, als wir auf dem Schiff noch waren? War da nicht Nebel? Wo wir uns doch gewundert haben, dass das so schnell wegging? Dann war das vielleicht wirklich alles nur ein Traum. Oh, so fies. Und ich hab mich wirklich... Ich mein, es war irgendwo klar, ne? Aber ich hätte mich echt für sie gefreut. Ähm, aber wo ist der denn jetzt? Ahaha. Es hätte nicht... Es konnte nicht sein. Oh. Oh, oh. Es sollte nicht sein. So rum. Aber leben die dann wirklich alle hier nicht mehr? Ich weiß nicht, Niko. Aber ich denke, ich bin ein Terrible Person. Ich glaube, dass ich meine alten Leben wieder zurückgekommen kann. Und ich hätte vergessen können. Ich hätte vergessen können. Ich habe versucht, dass ich es für Laufhi gemacht habe. Aber es war alles für mich selbst. Aber ich kann nicht vergessen. Ich muss nicht vergessen. Laufhi ist tot. Laufhi ist tot. Ja, da. Ah, sie wusste also, also Magilu wusste wahrscheinlich als einzige so ziemlich, dass das echt ein Traum oder so ist. Oh, das ist scheiße. Man, es wäre so schön für Velvet gewesen. Das kann man doch sagen. Ach, Mann. Das ist doch fucking fies. Mann. Ich hätte es dir echt gegönnt, aber es war natürlich alles fake. Hätte ja auch nicht klappen können, ne? Ich kann da immer noch nicht lang, verdammt. Oh Gott, sorry. Ich hätte es dir echt gegönnt. Hier hat alles schön ausgegangen. Sollte nicht sein, ne? Leider. Oh, dann haben wir uns in Therian mal. Wow. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Wo, wo wish ich Hefel. So, oh, das Eisenkraut, störe den Eisen. Irgendwann hat er auch schon mal gut Erfahrung. Yay. Oh, wo ist denn hier? Ach, hier kann ich auch lang gehen. Ach so. Na gut, dann gehen wir halt hier lang. Ach du, Sack. So. Welches Level habe ich eigentlich 46? Mittlerweile auch nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut, denn wir sind schon bei 51 Minuten. Und nach dem Schock müssen wir uns erstmal erholen und dann mal sehen, was uns auch noch da im Schrein erwartet. So traurig. Na gut, Leute. Danke fürs Zusehen mal wieder. Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.